Ich habe aus ganzem Herzen um Hilfe gebetet und da hat der liebe Gott mir Michael geschickt. Was meinst du, ist das ein richtiger Engel? Das kann doch unmöglich ein richtiger Engel sein. Jedenfalls habe ich sowas in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Was für eine Sorte Engel sind sie dann? Michael ist ein Erzengel. Er hat seinerzeit mit Lucifer gekämpft und ihn aus dem Himmelreich vertrieben. Das ist jetzt schon ein Weitchen her. Warum sind sie hier? Weil das mein letzter Abstecher ist. Was heißt das, ihr letzter Abstecher? Wir dürfen nur so und so oft runter. Und da packte ich Belzebuchs stinkende Zunge mit meiner Faust. Moment, wer ist denn jetzt Belzebub? Belzebub ist der Satan. Ach so, Satan. Warum stehen die alle auf ihn? Sie als Frau, können Sie mir das vielleicht erklären? Ich habe keine Ahnung. Ich finde ihn kein bisschen attraktiv. Hier habe ich eine Sperre verpasst. Oh ja, klar. Denkt dran, was die vier neuen Apostel sagen. Neuen Apostel? Ja, die Beatles. All you need is love. John Travolta. Und merkt ihr eins, Sparky? Ganz egal, was alle immer erzählen. Zu viel Zucker gibt's gar nicht. Michael. Ich dachte nur, die hätten einen... Heiligenschein? Ja. Inneres Leuchten? Ja. Ich bin ein ganz anderer Engel. Eine engelhafte Korbel hier. Ich bin ein ganz anderer Engel. 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 Ich bin ein ganz anderer Engel.